Das ist ja so lange, I've been there That's how long 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 I've been there So, hi Leute und willkommen zurück bei Let's Play Let's For Dead Part 4 Wieder mit Marcel und Reule Äh, ach Ähm, ja, wo sind die Medikids, Mann? Also, ich hab in der letzten Folge noch eins aufgenommen, aber irgendwie ist es schon ... ... Ja, kann sein, dass unsere Charaktere, die alle aufgebraucht haben, als wir inaktiv waren Nein, meiner hat immer noch 80% TANG! Nein, schau, schau! Auf sich eingebrügelt der Wichser WETTA! Da liegt ein Molly, falls einer braucht, ne? Ja Leute, vor der Tür liegt ein Molly, wenn einer braucht, ne? Nein, doch Smoker! Marvin schon Danke Ohhhh, spielst du, Alter! So Äh Ach, ich hab immer so'n bisschen ... als hier Du Hustest Oh, jetzt war ich durch den Ey, ich hab die Selbstverletzung ... als hier Erwin klopft, ist an der Tür! Ach, da vorne! Ja, Wackypa! Ja Lass diesen Scheiß-Kanister liegen Alter! Schwach! Ey! Eule, du bist gleich schon wieder down Alter! Inrun Hier längst, tschüss! Das regt die Zombies immer auf, ne? Ah! Ah! Oh, mich hat auch was! Nicht mehr lange! Lass mich liegen! Here we go! Oh Gott, ist mir ausgerechnet durch den Trick hier Ja, leider Alter! Ich war's nicht! Oh! 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 Mich hat schon wieder erwischt, Leute! Gott, ist eigentlich immer auf dich auf gesehen! Ähm, Eule, du hast ja noch Pillen, ne? Ja! Du Pillen-Junkie, ey! Lass mich bleiben, Junkie! Lass mich ein bisschen vorgehen! Ey, kommt das jetzt schon wieder so wie beim Part 6, ey? Warte, warte, das ist mein... Nee, äh... Das soll ich hier sein! Oh, Alter, ich hab keine Pfoten, ey! Hehehe! Alter, man, deine Pfoten sind ganz schön kein Prophet, da's sei über sie, Mann, sie ist doch schwarz! Ich renne Profit hinterher Aber nicht auf mich schießen, bitte? Doch Ich renne gegen Haufen Pistolen, Alter Ach, ich hab schon Doppelpistole, okay Nicht auf mich, verdammt, ich bin hier nicht der Fall Doch bist du Du bist der Schwarze Du bist der Schwarze, du bist doch keiner Nein, Leute, wir sind keine Rassisten Hier liegt ein Molly Vorsicht Das wird feurig Ich hab auch noch was anderes, das macht nämlich BOOM Dann Boomer Ich mach was, das würzelt Ey, hat einer Marshmallows dabei? Du bist doch ein Marshmallow Denkst du ernsthaft? Bei einer Zombie-Avokalifse an Marshmallows? Ja Boomer, Boomer, Boomer Ah, f***t euch Hier sind Warburten Und Feld Follt euch auf, dass die Zombies irgendwie seltsam Ich hab ja einer, also Ich hab ja einer, also Ich hab ja einer, also Ja, wo langt denn, Alter Hier dann, einfach mir folgen, ne? Wenn du, ja, doch, doch, du bist der Fetzer P.O.I., okay Ich tue's doch erstmal die ganzen Räume Von Cool, ist der Samurai hier Ja, einfach los Ja, ich hab ja einen Tank oder so Ähm, Splitter Vorsicht Splitter raus Also ich hab nur einen Charger Diese Munition ist echt wenig in die, man, reinballert, ey Hallo, Eulchen Hallo, ich hab hier mal Klavier gespielt, also ich bin Ähm, Leute? Ne? Verwandt, Moni Oder warte, ich heb die mal lieber auf, bis der Tank, bis der Tank ist Wie nehm ich die überhaupt? Ne Ooooooooooooooooooo Marcel liegt am Boden Warte, ist der Pill für dich? Ne, ich hab, äh, Medi Medi, ey Ja Einfach E drücken, dann nimmst du die automatisch auf Kannst du nur einmal nehmen, ne? Und da liegt Kuhn und Kotze Moment, wir müssen gleich eigentlich noch irgendwo ein paar Kasten Krieg DAS denn wieder mit Pillen kommen? Äh, wo seid ihr lang runter, okay Einfach sonst mal Da liegt noch Bumakotze oben da, wo der Tank war, ne? Uah Vielleicht so ein Irrer sitzt da auf mir Ah, mit Stand Fall Och, ey Achtung, Bombe! Eule, weg da, weg da, weg da Der geht grad schlecht Wie wähl ich ne andere Munition aus? Ich werde nämlich jetzt schlecht die Brand Munition verschwenden Wo sind Drogen? Ähm, E oder R Ah, ne, ich will mich... Jawohl Drogen! Ey Leute, hier sind Drogen Felschein ist auch ganz gut Wo sind Drogen? Hier Oh, hier Ich seh euch nicht, oder? Hier Bei mir, oder? Adrenalin Ah, gleich mal reinhauen, ne? Immer noch Das sieht euch auch gleich mal die Wirken von Adrenalin sehen Ich bin grad mal ein bisschen schnell unterwegs, ich steh unterdruhen Ich steh unter Speed, glaub ich, ist das Äh, wo seid ihr? Ich bin weitergegangen Ach, folg einfach der Roshi Ich folg einfach bei den Call Ah, ja, Achtung Flitter Aaaaah, Scheiß drauf Flitter Schleim Alte Wohh, 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 wohh! Wuhuu Wuhu Das ist ein Anschein nach Öl Fressbombe Gagebomb Ok Leute, komm, hier geht's lang Ich hör den Witch Witch Ja, ich seh sie, ich seh sie. Richter aus. Die joggt da rechts. Wagenmann, die joggt bei der Treppe, Leute. Eine Leiter. Hat einer noch irgendwas? Nö. Warte, 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 ich habe was ausprobiert. Die joggt da. Problem, ich seh sie nicht. Ach doch, da. Ja, Eule, Eule, ich hab das eben erst so oft gesammelt, falls ich die Menschen umgebracht hätte. Ja, ich würde sie jetzt halt benutzen. Ähm, ja, Leute, da kommt jetzt noch mehr Armee, ne? Nicht mehr. Was ist das? Ey, gib die Waffe her. Oh. Au. Hat einer Pill zufällig? Jo, ich hab noch Adrenalin dabei, falls einer von euch was macht. Okay, Leute. Waffe her, komm. Ah, Adrenalin. Erstmal bereit, dass wir dann losgehen können. Noch nicht drücken, noch nicht drücken. Ich glaub, ich seh das fast drin. Jo, ich seh was. Ähm, Leute, hier drüben sind Lasermarker, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das auch mal in der Waffe anbauen kann. Ja, okay, dann jede Waffe. Und, ah, okay, Marcel, das haben wir die für schon benutzt. Ah, ho, ho, ho. Oh, okay. Ähm, perfekt, könnte man mit der Waffe an der Waffe hier rumrennen, also... Wo bist du überhaupt? Was hast du denn so gehört eigentlich? Guck mal, ja, was? Ah ja, die haben's jetzt nicht. Okay. Ja, die hatte ich auch schon mal. Okay. Mach auf! Drei. Willkommen. Angriff! Ich will hier rumbleiben. Oh, ich stehe mit mir. Nein, nein, mich an Jar Jar. Ich bin da. Roshi, du blöde. Holt ihn, einer. Leute, Deckung. Ich muss dich kurz heilen. Mach hin. Hab ich dich, Alter, Mann. Wir leuchten hier jetzt eine verschissene Lohrwurmbe, Alter. Okay, weiter geht's. Eule, läuft einfach mal vor. Okay, der Boomer-Schleimer eine gute Idee. Geile, oder wie auch immer das heißt. Wieso sind die eigentlich bei Boomer zu aggressiv, dann? Dann müssen die die doch eigentlich auch fangen. Marcel, vielleicht. Oh, okay, ist vorhanden, jetzt auch. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich gebe Reckendeckung. Ich bin gleich dauernd. Jetzt bist du dauernd. Ich bin dauernd. Cole, machst du das? Ich gebe Deckung. Ja, aber dann schau, dass du noch Deckung gibst. Oder auch nicht. Mich hat nämlich was. Dankeschön. Du bist ganz schön voll der Blut, Alter. Ich? Ja, du warst von mir ganz schön voll der Blut, Alter. Okay, hier am besten so nebeneinander latschen, genau. Und Eule könnte dann mal seine M.G. auspacken. Wo ist Munition? Okay. 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 Schnell hoch. Leute, komm. Safe room, safe room, safe room. Nee, doch nicht. Ja, aber was schade denn nicht kommen? Wow. Die sind so. Ey. Ey. Ey, der macht die Tür zum Beispiel von der Boomer. Okay, dann darf ich immer vor der Tür. Ah, dann nehme ich doch lieber meine M.V. hier. Okay, allein hier. Dann nehme ich nur noch 40 Schuss. Dann nehme nur Munition, da liegt auch Munition, du dödel. Für meine Waffe kann ich keine Munition mitnehmen, leider Nice run, ja, für die gibt's keine Munition Achso Ja, deswegen So, das ist jetzt auch der letzte Part, oder? Kenkiller Ja, das war der letzte Part, aber ich bekomme jetzt nicht mehr genug Platz, ich muss jetzt noch weiter machen Ja, das muss ich auch jetzt nochmal Ja, muss ich jetzt auch wieder mitmachen Let'sch, Jäger, ich Null, ey, typisch Ja, ich hab einfach gewusst, wer drauf geballert will Einfach auf irgendwas geschossen, was da einfach war Superkiller Dann eine Infizierte Ja Ah, von uns Okay Dann war's das jetzt auch Was? Ich hab schlecht weggedrückt, ich hab schlecht aufgehört Ja, okay, dann servus Ja, bis denn Servus